Hallo, mehr Gegner. Ah. Hey, das ist von mir. Das ist ja, wie alle immer irgendwie grundsätzlichen Scheißprobleme mit mir haben. Hey, komm, du. Ruhig. Der Blutverlust würde ich stärker machen. Was, nein, warte. Stimmt ja gar nicht. Alter. Icarus, warum hat Icarus eine Statue? Ich will auch eine Statue. Aber schon nicht gibt es eine Statue von mir. Aber von einem blöden Vogel. Das bringt mir ja fast gar nichts sehen. Aber es bringt mir wenigstens Fähigkeitspunkte. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Nein. Halt's Maul. Du warst zu laut. Ne, 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 ne. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Hä? Oh. Ich will schon wieder raus. Ich muss zugeben, hier hat's ein bisschen gequält. Befehlshaber. Warte mal, wie? Befehlshaber ausschalten. Ich dachte, ich hab den abgemockst. Da hinten vielleicht? Hallo, Befehlshaber. Oh, oh, Entschuldigung. Du hast da was stecken. Nein, warte, an den Füßen hast du auch was. Oh, 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 Entschuldigung. Oh, ne, tut mir leid. Waren versehen. Hades zum großen Dickers Tee ist. Ross kann nicht tot sein. Dieser Hund war die letzte Verbindung, die meine Königin und ich noch hatten. Oh, Ross, du warst auch ihr höchst ergeben. Doch ich liebte dich auch. Wie kann der Hüter es wagen, menschliches Leben mehr zu schätzen als deines? Weil ich habe keine Zeit zu trauern. Es ist an der Zeit, deinem Mörder zu begegnen. Und er werde ich ersticken, als dass er mich weinen sieht. Tja, verdammt, das Weichei. Hat noch ja am Ende ziemlich viel gebracht, he? Hades, boy. Wie er so schön weggelutscht wurde von irgendeinem komischen, von diesem komischen Ding da. Oh, komm mit. Ich habe was Schönes, dass ich dir zeigen muss. Wo ist jetzt die scheiß letzte Truhe, man? Hä, das habe ich schon, he? Warte mal, haben die den Scheiß eigentlich hier schon überall aufgezeichnet? Was soll denn der Käse? Ich bin doch erst hier angekommen. Oh, da ist er. Ja, komm, wirklich wegen der Sekunde jetzt. Tja Archiv. Boah, Alter. Hör auf mich zu blenden. Oh, 63. Äh, wo geht man jetzt, he? Wir könnten nur... Das da oben haben wir. Zwei haben wir noch. Jetzt ist die Frage, welches von den Zweien ist das Dreierding? Ach, scheiße, das habe ich auch nicht gemacht, ne? Zum Dreier komme ich nicht rein. Wir könnten einfach mal da hingehen. Oh man, ich hoffe, ich darf Atlas später abmurksen. Ich war... Ey, ignorieren wir das einfach. Ich will Atlas abmurksen, abmurksen, abmurksen. Hä? Sehr gut. Du denkst mit... Alexis, ich mag dich. Nicht nur, weil du schon Millionen von Leuten weggemetzelt hast. Du, 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 du. Naja, dann sollten wir jetzt vielleicht reingehen und die Dinger killen. Und dann können wir noch schauen, dass wir das eine... Ist hier irgendwo ein Boot? Wo ist das Boot? Warte mal, ich hätte euch das vorhin nehmen können. Ja, jetzt ist es auch zu spät. Mehr Boote. Oh, wir sind in Atlantis und haben nur fünf Boote, Mann. Gott, wie ihr ausschaut. Ihr seid so hässlich, Alter. Mit diesen komischen, dämlichen... Was weiß ich, was das ist? Hut? Oder eher Helm? Warte mal, sitzen wir da vorne in der Luft. Ja, wer kann, der kann. Ja, das war klar, Alter. Dass jetzt fünf Meter weiter das nächste Scheißboot steht. Nein, nicht tauchen. Sind da gerade lauter Zs rausgekommen? Das war doch lauter Zs, oder? Ne, es sind einfach nur irgendwelche... ...Symbole. Atlantis Latomia. Huh. Wie er die einfach weggestrahlt hat. Einfach so... Oh, du nervst. Hey Leute, jetzt solltet ihr vielleicht weitergehen. Hier wird es dann gleich ein Blutbad geben. Vermutlich. Doma, das ist die Abriss. Lalalalalalalalalalalala. Hä? Warte, ist es nicht rot, wenn ich hier reingehe? Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist total behindert, Mann. Ah. Jetzt ist es gelb. Das Gebiet wird gut bewacht. Ja, bewachen ist nicht alles. Wir sollten vielleicht mal mit dem Icky was machen. Oh Mann, flieg mal da rüber. Da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Ah, da ist das Ding. Was ist das da? Da unten ist noch was. Hä? Wo ist das so anführer? Der da? Trechhaus. Perimus. Keine Ahnung. Mitten an einem Schiff mit in den Arsch gesteckt, Alter. Ah, aua. Brief und Diabres. Da Prebes. Ich habe dein Instrument als Krone gestaltet, so dass jeder Hersteller drei Schwestern, zwei Schwestern, reiche nutzen kann, um ein Erdre zu kontrollieren. Persephone, Hades und Vater wären unaufhaltbar. Was für ein Ruhm. Uh. Ihr habt nichts gesehen. Du, 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 du. Hey, ich bin hier drüben. Huh. Lalalalalalalalalalalala. Wow Tja, hat er super funktioniert, oder? Was ist denn hier der Oberfuzzi? Nein, den Buffets habe ich scheinbar schon gekillt Oh, ich bin da voll dran vorbeigelatscht, ne? Halt, nein, ich bin gar nicht dran vorbeigelatscht, ich habe mich da rübergeportet, indem ich den Sperr geworfen habe Wow, halt 10 von dem scheiß Isu-Zeugs da Ich brauche nur so viel für verdammte Stufe 3 Wo ist jetzt der eine da eigentlich hin? So, das da noch Wirklich, ich bin ja gerade zufällig eher wie einer der So, fertig Doma des Diapreses Ne, Triaprepes War ja irgendwie jetzt nicht so ergiebig Sollen wir uns mal den blöden Vogelpunkt da oben Turm der Logik Warum? Das entbehrt sich hier der Logik Hör auf mich da unan zu maulen, Alter Ich komme da gerade von einem ziemlichen Gemetzel, ja? Und jetzt habe ich keinen Bock, irgendeinen Typ zuzuhören, der mich auf Griechisch anlabert Also sei vorsichtig hier Mach mich schon nicht an Spielst du dort? Ah, scheiße Ja, was machen wir jetzt halt? Wir haben keine Aufgaben mehr Wir sollten jetzt wirklich Komm, wir gehen jetzt da hin einfach Scheiß drauf Der Rest ist ja egal Da haben wir noch so ein dämliches Archiv Das Archiv Iris-Sammlung Sehe ich eigentlich, was ich da habe? Ja Iris-Sammlung Horror-Sammlung Tinia-Archiv Da ist noch eine Festung Ähm Da nübers Gibt es irgendwo ein Boot? Da drüben gibt es ein Boot Boat fahren Hey, Alter Geh mal auf den Weg hier Locker bleiben, ja? Hey, die hat es ziemlich gelassen genommen Für so einen Kick, Alter Gegen die Wand Die ist hart drauf, Mann Die hat Haare auf den Zähnen Weißt du, wie halt alles immer mit diesem dämlichen Blumen geschmückt wird Oh, ich habe ein Boot gebaut Ja, aber da fehlt noch was ganz Wichtiges Was denn? Die verdammten Blumen Keiner erzählt Ist das ein großes Boot? Ha Es gibt echt große Boote Ja gut, es steht da auch bloß ein Schaublut So, da brechen wir jetzt voll Nein, da müssten wir jetzt wahrscheinlich ISU-Wissen 2 brauchen Ah, das ist ja voll scheiße Ich dachte, ich könnte es doch so voll drüber brettern Erkenntnis des Krieges Scheiße, ich habe fast keine Dinger mehr, ne? Unten keine Punkte mehr zum Nehmen Hoffen wir, dass mich niemand vermisst Oh Auf den hatte ich jetzt eigentlich nicht abgesehen Aber okay War hier nicht noch eine? Das war jetzt nicht das, was ich vorhatte, aber Scheiße, Mann, wenn es wird Wo ist denn der Typ? Der ist doch hinten irgendwo da in der Wand, oder? Da ist er Hey, Kumpel Tschuldigung Aber das hat sich richtig angefühlt La 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 Oh ja, Mann, Alter Drei Punkte für Für so ein Ding Da oben sind jetzt die dicken Shit Jetzt muss ich warten, bis der eine vorbei ist Das ist nochmal nicht mein Stil Lala la 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 aus den kunden für mich finde ich super ihr seid echt immer hilfsbereit mann ohne euch würde ich meinen sperren nie finden so kriegt er wenigstens keine ahnung 50 wissen oder so kommt macht es zeigt mir 50 wissen zeigt mir 100 wissen ich für 200 haben 30 aber ich bin fast bis auf drei geil so jetzt gehen wir noch darauf und kassieren noch das zeug ein was gibt es denn hier noch adamant bahn sammeln komm behinder dir weißt dieser angriff müsste eigentlich so gut wie immer tödlich sein aber ich will mich nicht beschweren mann ich finde es ist mal geil wenn die sockenburgs werden muss ich gleich dazu sagen jetzt macht das ganze spiel über immer 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 spaß ich mal schauen dann habe ich will mir fehlen ein paar punkte er kommt lasst du ein paar punkte für mich echt geil nämlich mit ihr ob zyklus 52.031 berichte einrichtung für genetische spleißen spleißen ok zyklus 52.031 versuchsobjekte nehmen genetische modifikation nicht über die nahrung auf zyklus 52.154 versuchsobjekte verloren fortsetzung nach rehabilitation und ersatz 53.015 versuchsobjekte reagieren gut auf bestimmte dna kombinationen versuchsobjekte gefeindlich sicherheitssysteme kompromittiert ein objekt fehlt 54.010 einrichtung für genetischen spleiß auf befehlte stikas des basilius eingestellt alle aufzeichnungen sollen vernichtet werden okay wo kam ich jetzt her da hinten da jetzt fehlt mir immer noch was ich meine die eine burg kann ich jetzt schon mal nicht einnehmen ich gehe jetzt einfach mal zur nächsten ich meine man schnauft da weiss schon wie so ein ich meine gut da hat jetzt ein haufen leute mit abgemurkst und so aber wie so ein wie so ein teilzeitathlet so fünf meter laufen das geht gar nicht alter ja wobei das ist eher gleichmäßiges atem ne ne nehm ich es zurück ich kann mal aufgebrauchtes boot können sie behalten so da das müsste es dann denke ich mal unser letzter anlauf vielleicht sein wenn wir glück haben alter du scheiß boot was machst du irgendwie war das gerade komisch also die kollisionsabfrage ist schon mal sehr geil gerade gewesen so echte handarbeit was ist denn dieser ring eigentlich da oben bloß damit es geil ausschaut befestigt die doma des messtor so schauen wir doch mal was haben wir da schönes wir haben da ein haufen spach spackos drin da hinten ist dieser wissens stein da ist noch was also das ding da also was läuft hier alles rum was geht denn ab das können auf jeden fall fanny werden da steht auch noch einer helmes atlantischer polymarch alter junge du bist mein ziel ich meine ich weiß wo diese die kasteel auch hier alter alexios mag sein doch nicht mehr so schwer achtung auf der durchreise stellen keine fragen ich ja auch nicht das habe ich schon mal irgendwelche fragen gestellt ich beantwortet meistens alles mit einem speer speer im gesicht schauern gewesen dann so ungefähr dann steht der typ auf und stirbt dann irgendwie komischerweise einfach weg dann kann ich das ding dazu legen ich da eigentlich wissen kriegt nicht ne scheiße ich weiß immer noch nie was die dinge eigentlich bringen stirb doch einfach wo muss ich hin da oben auf es ist ein polemarch eigentlich war der kiste nee das ist mir bloß so ein abgehalfterer spaß befehlshaber super mehr bist du gar nicht dass ich mich mit diesem nutzlosen pack herumschlagen muss er kommt nur was geht ich halte nix ist los mit diesem derblichen fragen von irgendwoher hey kumpel ah gedanken ist mestor mestor persönliches tagebuch wir haben durch handelsschiffen berichte aus unseren beiden schwester reichen erhalten es sieht schlimm aus per sefone und hades haben beide den kontakt abgebrochen nicht lange dauern bis hat landes dank der gesetze meines fremden feindlichen vaters in völliger bedeutungslosigkeit versinkt jemand muss etwas tun könnte ein paar punkte brauchen man wie herrlich du hältst ja gar nichts aus man warte mal du bist du bist schon mal warte mal das war nicht der mestor ne das war nur der polymer helm ist die kaste ist ja versteckt so ein scheiß nicht von mir dann lebt er meistens auch länger ja oder auch nicht je nachdem ich bocke ich kann ziemlich wankelmüdig sein wie konnte ich die welt jemals anders sehen weißt du ihn nicht fragt doch nicht alles erscheint mir jetzt so klar als würde ich mit neuen augen sehen zusätzlichen isotork zugang gewährt weiß halt der alten wenn du hast jetzt aufgehört ok letzte errungenschaft ich hoffe es geht dann weiter weil ich wenn ehrlich bin ich habe keinen bock auf drauf jetzt diese dämliche rüstung zu sammeln die wo ich nicht brauchen werde weil warum sollte ich eine verdammte rüstung sammeln die ich nicht mal nutzen kann also ich kann sie nutzen aber sie bringt mir einfach nichts die gas junge man heiho heiho es soll ja die assistance creed valhalla karte soll ja größer sein wie auch die sehner und komplett england abbilden und noch irgendeinen anderen teil ich weiß gar nicht ist das dann frankreich oder sind das andere dinge auf jeden fall werde ich ziemlich pissig sein dass ich dass ich hier ziemlichen scheiß angerichtet habe ach ja wow ich bin mal erzählen das ist halt echt so weit weg er leckt mich fett das überrascht mich gerade ein bisschen oh man ich bin so scheiß langsam bleibt er dann so schnell oh ich bin gedrückt bleibt das so das muss man schon mal wissen doch 60 70 spielstunden und es ist sehr sicher man kann ja nicht alles wissen Na 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 naин haithan er ist eigentlich eine antenne da oben drauf oder ist dass ejeng etwas anders sein oh komm mal die fresse also das ist ungesegneter und beiden segel auf dem segel eigentlich nicht das andere wo verschieben sollte aus ist es sehr stabile segel stahlsegel selbst dann ich habe mir ganze tagzeit mach mal und sehe ich eigentlich hat es noch mal ich meine habe ich ziemlich in den arsch getreten so jetzt wollen wir uns das letzte dann hoffe ich mal ist da an der spack und zufrieden ich habe ja nur zwei ich muss noch mal jemanden abmurksen also normalen hallo ich die missions-ziele schon gehabt Ach egal. Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Alter, wie ich halt hier einfach langlaufen kann. Uns keine Sau interessiert. Ja, ich nehme jetzt das einfach mal mit, ne? Also, ihr seid echt die besten Wächter, die man sich wünschen kann. Ich meine, was will man mehr? Wächter, die komplett sinnlos sind und irgendwo blöd rumstehen. Ich meine, ich habe den da vorne und der macht wenigstens seinen Job richtig. Und dann kommt irgend so ein Typ von hinten und sticht ihn halt mal einfach ab. Nachdem man eine geknallt hat. Oh! Aua. Ja, es ist der beste Wächter, den sie je hatten. Und jetzt ist er tot. Der Einzige, der seinen scheiß Job machen wollte. Zu voller Kraft kommen. Eine umfangreiche Bildung. Also, ihr seid noch beschäftigt scheinbar? Ja. Okay. Ich laufe mal wieder raus, hätte ich gesagt. Ja, keiner was dagegen. Das ist meine Truhe, ja? Verpiss dich. Auf meine Truhen anzufassen. Ja, der steht an seinem leeren Tisch und schaut blöd. Ich gehe mal hoch und hole mir die blöden, den Adamantbaden. Damit ich das später nicht sagen kann, ich habe es vergessen. Ich schaue dir den an, wie er da stolz steht. Mit einem Sperr im Gesicht. Ja, okay. Er steht nicht mehr wirklich. Ah, ich glaube, ich war zu hart. Hey, Kumpel. Oh, scheiße. Der Typ ist ja auch da. Ähm. Tut mir leid. Oh. Das wollte ich eigentlich. Ey. Wow, what the fuck. Was ist jetzt passiert? Also, diese kritischen Treffer sind schon irgendwie hardcore. Hey, Alter, ich habe ziemlich viel Zeug dabei. Achtung, Achtung, schafft er es? Nein, er schafft es nicht. Mann, fast hätte ich dir geglaubt. Fast hätte ich ihm vertraut, dass er es schafft. Er hatte die Fähigkeit dazu. Und dann ist er doch zusammengebrochen. Verdammter Glutscher. Kann ich jetzt eigentlich irgendwo hin, Mann? Noch mehr verdammte Dinger herstellen. Was will ich denn jetzt eigentlich noch? Ah. Äh, der soll wieder das herstellen. Was ist denn das da jetzt so? Gut aus der Ferne entfernen davon, gut zu sein. Hä? Was für ein Ding? Äh. Porten wir uns in die Schmiede? Nein, wir porten uns jetzt nicht in die Schmiede. Ich glaube, das ist vorne am Eingang, ne? Ich würde es hoffen. Ich trinke mal kurz was. Gluck, gluck. Das Lustige ist ja, ich könnte eigentlich immer das Mikro ausstellen. Und trotzdem vergesse ich es jedes Mal. Anstatt zu sagen, ich trinke mal kurz was und dann... Mikro aus. Mach ich immer, ich trinke mal kurz was und dann... Gluck, 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 gluck. Läuft bei mir, Mann. Läuft. 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 Läuft.